Moin moin, ich bin's, euer Flatti. In diesem kurzen Video möchte ich euch meine neue Wertanlage zeigen. Und zwar dieses gelbe Coca-Cola-Glas von McDonalds. Und es ist noch wertvoller als das Regenbogenglas, weil es gelb ist und nicht Regenbogenfarben. Bei diesen gelben Gläsern muss man eine Menge sammeln. Und in ein paar Jahren sind die richtig viel wert. Noch wertvoller als das Regenbogenglas. Grüße gehen raus an Tanzverbot. Wenn du Interesse hast, dieses gelbe Glas zu erwerben, dann schreib mich einfach an. So, das war's auch wieder von mir. Ich wollte euch nur meine neue Wertanlage zeigen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Aaaaaah! Aaaaaah!